Das hohe Preisniveau, wie sieht es momentan aus Ihrer Perspektive aus? Aus der Perspektive nicht nur meiner Perspektive, sondern auch aus der Perspektive aller Autofahrerinnen und Autofahrern sieht es derzeit an den Zappsäulen sehr düster aus. Es ist nicht dieses Bild, das wir schon seit beinahe Monaten gewohnt sind, dass wir einen hohen Preis haben, sondern diese ganz kurze Entspannung in den letzten Wochen hat uns Hoffnung gemacht, aber das ist alles wieder zunichte gemacht worden. Der Preis steigt wieder. Wir haben von Dienstag letzter Woche bis gestern Dienstag wieder eine Preiserhöhung von durchschnittlich 6 Cent hinnehmen müssen. Im wahrsten Sinne des Wortes als Autofahrer sind wir hier offensichtlich denjenigen, die die Rohstoffe zur Verfügung stellen, ausgeliefert. Leider Gottes.